Herzlich willkommen zum Forex im Abend, Ihrem persönlichen Markthaus und Rückblick. Mein Name ist Dennis Gürtler. Schön, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben. Wir haben Freitag, den 29.11.2013, 19.19 Uhr ganz genau und wir blicken auf einen ruhigen Handelstag zurück. Das liegt auch unter anderem an der Tatsache, dass bereits viele Händler in den USA seit Mittwochabend in dem verlängerten Wochenende sind. Wir hatten ja gestern Thanksgiving, der Nationalfeiertag in den USA und heute waren zwar die US-Börsen geöffnet, allerdings nur unter verkürzten Handelszeiten, verkürzten Handelsbedingungen. Dennoch konnten letztendlich hier die Aktienindizes einige Impulse vorweisen. Gerade der DAX konnte jetzt die 9400-Punkte-Marke leicht überwinden, aktuell bei 9407 Punkten, 0,2% im Gewinn. In den anderen Aktienindizes ging es kurz rauf, kurz runter, kaum nennenswerte Bewegungen. Der Euro-US-Dollar pendelt immer noch so im Bereich von 1,36 US-Dollar pro Euro hat sich relativ wenig getan. Allerdings muss man sagen, Gold, Silber und WTI haben sich relativ positiv entwickelt. Na gut, zumindest ist Gold jetzt ein halbes Prozent im Gewinn, pendelt hier immer noch am 76,4er Retracement bei 1.240 US-Dollar. Bislang war kein Tagesschlusskurs unter diesem Retracement, sodass Gold immer noch die Möglichkeit hat, sich hier zu stabilisieren und ansteigen zu können. Er ist weiterhin intakt abwärts gerichtet, aber dieses Retracement scheint seine Wirkung zu entfalten. Erst ein Tagesschlusskurs unter 1.234 US-Dollar würde dann hier einen Rutsch bis in den Bereich von 1.200 US-Dollar hervorrufen. Silber momentan auch noch kein richtiger Schlusskurs hier unter dem 78,6er Retracement unter 1.950. Somit besteht auch hier für die nächste Woche eine kleine Stabilisierungsmöglichkeit, ist aber dann schon wieder begrenzt bei 20.40, 20.90, so in dem Bereich. Ein Tagesschlusskurs hier unter 1.950 sollte uns dann in den Bereich von ungefähr 1.870 bis 1.820 bringen. Sehr erfreulich war primär erstmal WTI, der konnte hier sehr, sehr schön ansteigen und ist dann im Laufe der jetzt kürzlichen M15-Kerzen hier wieder relativ stark abgestürzt. 1 Dollar, aber alles in allem war das sehr erfreulich, was wir hier gesehen haben, denn wir hatten ja eine Long-Position bei 9205 aufgebaut und wir sehen hier durchaus oder sahen hier durchaus eine schöne bullische Bewegung von fast 167 US-Cents pro Barrel WTI. Also 1,6 Dollar ging es hier einfach anders formuliert nach oben. Wir hatten ja hier unsere Long-Position ins Spiel gebracht und wir hatten gesagt, hier ist es durchaus sehr interessant. Und ja, wir behalten die Position weiterhin bei. Die ist jetzt noch genau 70 Cent im Gewinn und aktuell werden wir mal schauen, wo hier die Kerze schließt. Alles in allem ist dieser Trade aber positiv verlaufen, wenn man sich das so mal anguckt. Aktuell wird er wieder stark abverkauft, aber wir gehen ja erstmal von einem Wochenschlusskurs aus. Damit wird sich dann auch zeigen, wo wir schließen werden. Möglicherweise entwickelt sich hier ein schöner Morningstar, aber alles in allem ist der WTI-Trade doch kurzfristig aufgegangen. Und wie er sich mittelfristig entwickeln wird, das hängt natürlich auch hier von dem Wochenschlusskurs ab, aber alles in allem war das eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Aktuell kommt jetzt hier WTI unter Druck. Das liegt einfach auch daran, dass die Aktienindizes auch gerade ein bisschen zurückfallen. Gerade der Schlusskurs, wie gesagt, wird hier im Fokus liegen. Dann kommen wir zum Euro-US-Dollar. Wir hatten gesagt, er ist in der Seitwärtsrange gefangen. Aktuell erwarten wir hier oder erwarteten für den heutigen Tag nicht nennenswerte Bewegungen. Wir hatten gesagt, er sollte so zwischen 1,3560 und 1,3630 bleiben. Das tat er auch und aktuell hat er jetzt hier 30 Pips nachgegeben. Alles in allem wenig Bewegung hier und die Seitwärtsrange bleibt aktiv. Was momentan interessant ist, ist der US-Dollar Schweizer Franken. Der ist nämlich hier an einer Trendkanallinie und erzeugt einen Bullish in Galfingen. Es könnte hier möglicherweise nächste Woche zu steigenden Kursen kommen. Wir würden noch eventuell so eine ganz kleine Keilformation Bullish brechen. Und wenn der Schlusskurs weiterhin so Bullish bleibt, wie er jetzt ist, vielleicht sogar noch ein bisschen Bullisher ist, könnten wir hier nächste Woche einen Anstieg sehen bis in den Bereich von 0,91,34. Der britische Fund, der zog mal wieder davon. Sehr, sehr stark. Wir hatten ja gesagt, wir wollen erst wieder kaufen. Wenn hier ein Pullback erfolgt, im Bereich von 1,62,60. Eine Longposition läuft ja noch, die hier in dem ersten Pullback aufgebaut worden ist. Für all diejenigen, die einfach jetzt darauf warten, da zu investieren. In dem Bereich, muss man allerdings sagen, ist er leider nicht zurückgekommen. Hält sich aber noch sehr, sehr stark, muss man sagen. Und wenn wir hier eine Korrektur nächste Woche sehen könnten, 1,62,60 US-Dollar pro britische Fund steht hier im Fokus und ist interessant. US-Dollar, Kanadisch-Dollar. Hier wird ein Longsetup interessant, nämlich auf dem Tageschart. Wir würden hier die letzten Hochs brechen und über der psychologischen 1,06er Marke könnte es sich aufwärts gerichtet beschleunigen. Es ist ein Tagessetup. Also brauchen wir natürlich auch einen Schlusskurs. Mindestens, am besten noch einen Wochenschlusskurs, und den kriegen wir ja heute Abend, über der 1,06er Marke. Und dann sollten wir hier eigentlich weiter ansteigen können. Sollte man zumindest im Auge behalten. Was auch noch ganz interessant ist, ist Euro-Australisch-Dollar. Hier kam es noch nicht zu einem Durchbruch. Wir zogen wieder an der psychologischen 1,50er Marke zurück. Eine Korrektur kann hier nicht ausgeschlossen werden. Aber ein Durchbruch für die nächste Woche über der psychologischen 1,50er sollte uns hier zu weiter steigenden Kursen verhelfen. Euro-NZD aktuell hatte hier diesen abwärts verlaufenen Trendkanal gebrochen. Hebelte diesen aus. Schönes Pullback. Konnte dann letztendlich hier auch fast 230 Pips den Anstieg fortsetzen. Und korrigiert jetzt aktuell wieder auf diese gebrochenen Trendlinie. Könnte sich auch hier nächste Woche stabilisieren. Aktuell, wie gesagt, hier durchaus interessant. Der British Fund Schweizer Franken, wir hatten ja gesagt, British Fund ist extrem stark. Der ist hier kurz davor, die Seitwärtsrange wirklich zu triggern. Sowohl auf Tagesschlusskurs als auch auf Wochenschlusskurs. Dann sollten wir hier einen Wochenschlusskurs über 1,48,30,40 sehen. Gilt das für mich als gebrochen. Und dann könnte es nächste Woche hier relativ schnell nach oben gehen. Wird also durchaus sehr, sehr interessant. Hier gerade der British Fund Schweizer Franken für die nächste Woche. Der hier einiges an Potenzial mit sich bringt. Wir haben auch einige Fragen zum Out-NZD bekommen. Und da hat sich wenig verändert an der Situation. Pullback an diese gebrochene Trendlinie. Hier erwarten wir eigentlich weiter fallende Kurse. Soviel zum Australisch-Dollar, Neuseeländisch-Dollar. Der DAX zeigte sich heute wieder stärker. Wir haben ja hier zwei Long-Prognosen geäußert. Einmal im Bereich über 9.400 Punkte. Es ging dann hier 25 Punkte nach oben. Pünktchen muss man fast schon sagen. Oder eben Korrektur-Trade bei 9.340 Punkten. Aktuell zeigt sich der DAX leicht stärker als die US-Indizes. Allerdings muss man heute auch sagen, gestern fehlte Liquidität, heute fehlte Liquidität. Die richtige Aussage, kräftige Prognose wird man wahrscheinlich erst Montagmorgen um 9 Uhr stellen können. Denn da fließt die Liquidität wieder richtig. Wenn man so will, da ist der Geldhahn aufgedreht. Und da kann man durchaus dann einiges entnehmen, gerade wenn dann die Liquidität wieder da ist. Man muss sich das so ein bisschen wie einen nicht ausgetrockneten Fluss vorstellen, aber so ungefähr ist es schon. Und natürlich sind Bewegungen aussagekräftiger, umso mehr Umsatz im Prinzip dahinter steckt, weil schlichtweg die Marktbreite größer ist. So kann man das formulieren. Aktuell ist immer noch sehr gut unterstützt. Korrektiv wird es vermutlich unter 9.390 Punkten. Dann nächste Woche mit einem Kursziel von 9.340 Punkten. Hält er sich über 9.400 Punkte, sollte er eigentlich weiter ansteigen können. Was relativ gut funktioniert hat, kurzfristig war hier der kurzfristige Sculp im Dow Jones auf einer sehr kurzfristigen Zeiteinheit. Hier auf dem M30. Wir hatten gesagt, er sollte eigentlich über 16.130 Punkten long gehen. Ist dann auch tatsächlich hier 50 Punkte angestiegen. Wer da mitnehmen konnte, hat Gewinn gemacht. Es kam dann allerdings hier zu einem Einbruch von knapp 100 Punkten. Das heißt, wenn man gehalten hätte, wäre man hier sicherlich flat ausgestoppt worden, wenn man den Stop-Loss nachgezogen hat. Aktuell muss man jetzt die Situation ein bisschen anders bewerten. Nämlich, wenn wir hier auf den H4-Chart gehen, ist dieses Bearish Engulfing gut zum Handelsschluss. Unter wenig Liquidität sollte man es durchaus bewerten. Er ist noch jetzt für die nächsten Handelsstunden gut unterstützt, hier so im Bereich von 16.030 Punkten. Das heißt, wir können für die nächste Woche hier so einige Marken festmachen, die im Falle einer Korrektur angelaufen werden. Und das sind vorrangig diese drei Zonen, die ich hier markiert habe. Einmal bei 16.030 Punkten gut unterstützt, bei 15.860 und bei 15.788 Punkten. Auf dem Tageschart wäre es nicht verwunderlich, wenn er jetzt mal eine kleine Korrektur einleiten würde. Allerdings ist hier dieses mögliche Bearish Engulfing noch zu schwach ausgeprägt. Also hier müssen wir schlichtweg einfach warten, bis der Wochenschlusskurs wirklich feststeht. Alles in allem sind wir jetzt nach dieser starken Aufwärtsbewegung hier durchaus etwas überdehnt, sodass eine mittelfristige Sicht durchaus den Schluss zulässt, dass wir hier eine Korrektur reinkriegen könnten von fast 300 Punkten. Das ist jetzt erstmal nur eine Prognose, die man mit Vorsicht genießen sollte. Aber es würde definitiv dem Chart keinen Abbruch tun, wenn wir mal eine konstituierende, eine gesunde Korrektur reinkriegen. Muss ja nicht viel sein, 300 Pünktchen, das ist nicht so viel. Und dann wäre hier eben der Pullback von 15.750 Punkten interessant. Wie gesagt, falls nächste Woche eine Korrektur eintritt, wäre das dann hier ein mögliches Korrekturlevel, das man ansteuern könnte. Gerade der Russell zeigt sich momentan hier korrektiv. Wir hatten ja hier die durchaus bullische Situation und was mir halt eben noch im Prinzip noch fehlt, ist hier nochmal ein größerer Pullback in den Bereich von 1.130 Punkten. Das heißt, wir nehmen jetzt so ein bisschen Abstand von Long Positionen, gerade wenn man sich den S&P auch nochmal auf dem Wochenchart anguckt. Wir machen mal hier alles weg, gucken uns das im sehr rudimentären Stil an. Wir schauen im Prinzip nur noch den nackten Chart an. Und wenn wir hier einfach mal feststellen, dass wir hier diese Trendlinie projizieren, dann sehen wir zwar, wir haben diesen Trendkanal aufwärts gebrochen, aber das ist vielleicht noch nicht nachhaltiger Natur. Also wir sind zumindest überdehnt, leicht überdehnt und immer noch aufwärts gerichtet. Eine Korrektur würde mich hier, wie gesagt, nächste Woche nicht überraschen. Wir werden also durchaus vorsichtiger für die nächste Woche. Und eine Korrektur könnte dann hier im S&P sehr, sehr interessant werden, wenn wir mal hier diese sehr, sehr langfristige Trendlinie ins Spiel bringen. Das ist die eine Möglichkeit, bis woher hin korrigieren könnte. Und die zweite wäre dann in diesem Bereich so bei, naja, 1734 Punkten. Das heißt, wenn eine Korrektur stattfindet, dann kurzfristig unterstützt den Bereich von 1777 und dann bei 1730 Punkten. Aber dazu dann mehr nächste Woche, wenn wir frisch eröffnen zum Forex am Morgen, dann am Montag. Bis dahin wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis dahin sage ich Good Trades und wenn Sie mögen bis bald. Auf Wiedersehen.